Sie werden es nicht spüren. Sie können sich sogar auf ein rohes Eis setzen, ohne dass es zerbricht. Und da in Asterkur nach jeder Belastung wieder in seine Ausgangsform zurückkehrt, bleibt auch der Sitzkomfort über Jahre hinweg perfekt. Außerdem leitet Exeter dank seines Designs Wärme optimal ab. Das verhindert unangenehmes Schwitzen und peinliche Schweißflecken. Doch das Wichtigste, mit Exeter sitzen Sie überall extrem bequem. Ob bei Sportveranstaltungen oder auf den harten Bänken in der Kirche, zu Hause beim Essen oder wenn Sie es sich gemütlich machen und natürlich bei langen Autofahrten.